Hallo, mein Name ist Silky Pearl und ich bin das neue Häschen von meinem Frauchen Du. Ich bin nun schon einige Monate bei ihr und ab und zu muss ich doch schmunzeln über sie. Sie macht manchmal Dinge, da kann ich nur den Kopf schütteln. Laute Musik gibt es zu hören und dann fängt sie noch an zu tanzen. Also wirklich, in ihrem Alter sollte man es doch etwas ruhiger angehen. Mal ehrlich, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass sie seit einiger Zeit noch weniger Tassen im Schrank hat? Liegt das an der Hitze? Oder allgemein am Wetter? Oder an was? Ach ja, so viele Fragen, vielleicht ist das ja alles ganz normal bei Verückten. Schreibt mir die Antwort doch gerne unten in den Kommentaren. Dankeschön. Und wenn euch meine Geschichten gefallen und ihr mehr hören wollt, dann lasst es mich wissen. Ich habe noch einige interessanten Geschichten auf Lager, zum Beispiel, dass sie mal ein UFO gesehen hat und noch mehr. Tschüss, bis bald. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.